Der Park National de Miguasha ist der flächenmäßig kleinste der 24 Nationalparks in der kanadischen Provinz Gwebe. Dort entspricht ein Park national allerdings dem, was in den übrigen Provinzen und Territorien ein Provinzpark ist. Seit 1999 gehört der Park wegen seiner Fossilienfunde zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Name leitet sich von einer Bezeichnung der Mikmak ab, die Miguasak lautet, was übersetzt «Rotes Cliff» oder «Rote Felswand» bedeutet. Der Park liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Novelle und Eskuminak in der Grafschaftsgemeinde Avignon im Süden der Region. Gespecil de la Madlen. Das Gebiet wurde unter Schutz gestellt, weil hier große Mengen an Fossilien aus dem Devin, dem Zeitalter der Fische, zutage treten. Dem Vogelschutz dienen der benachbarte Puente a Florant mit einer Fläche von 353 Hektar im Süden und die Eskuminak Flats im Südosten. In einem weiteren Gebiet von Privatgrundstücken im Umfang von 775 Hektar ist jede private Fossiliensuche strikt verboten. Die Fossilienstätte wurde bereits 1842 entdeckt. Zum Parkgebiet gehören zwei Formationen. Die ältere Formation von Eskuminak entstand vor 380 Millionen Jahren an einem gewaltigen Strom. Zahlreiche Fossilien fanden sich, darunter von mehr als 20 Fischarten. Allein bis 1998 wurden mehr als 14.000 Fossilien geborgen. Im Juni 2003 eröffnete ein eigens zur Aufnahmeerhaltung und Präsentation der Funde konzipiertes Museum seine Pforten. Päder kann man auch umfassenen und Präsentation der Före hera现在 finden. Nun, ich glaube- Wie haben wir mit ungefähr 1,5 Far comerhehaltung und Präsentation der Fosse geteigt sind. Untertitelung des ZDF, 2020